Man lädt sich die App in Google Play Store oder im App Store herunter. Wenn man später die Trainingsdaten auf einer Trainingsplattform hochladen möchte, muss man ein Konto erstellen. Anderweitig kann man auch ohne Anmeldung fortfahren. Alternativ kann man sich beispielsweise auch mit Konten anmelden, wie Facebook, Twitter oder MapMyRide. Nachdem man sich eingeloggt hat, erscheint die folgende Startseite. Darin kann man zum Beispiel ein Fahrradprofil erstellen, bzw. ein bestehendes Profil editieren. In dem Profil kann man beispielsweise den Radumfang, das Gewicht oder weitere Faktoren eingeben. Wichtig ist, wenn das UC mit dem Smartphone verwendet werden soll, muss man die Option Bluetooth Smart Sensoren aktivieren und auch die Bluetooth Verbindung auf dem Handy einschalten. Wenn man die Geschwindigkeit über GPS erhalten möchte, muss man das GPS einschalten. Alternativ kann man aber auch einen Geschwindigkeitssensor nutzen. Sobald man die Option Bluetooth Smart Sensoren aktiviert hat, erscheint neben dem Coach Smart Verbinde. Sollte das Gerät beim ersten Mal nicht gefunden werden, kann man die Suche noch einmal anstoßen, indem man auf dem Coach Smart und dann auf Plus klickt. Die Suche wird dann neu gestartet. Sobald das UC erkannt wurde, erscheint es in der App als verbunden. Auf dem Display von UC erscheint kurz App und die aktuelle Uhrzeit wird vom Smartphone übernommen. Dass das UC mit der App verbunden ist, sieht man auch daran, dass das WLAN Symbol auf dem Display erscheint. Danach geht man aus dieser Ansicht heraus zum Beginn und startet das Training, die Fahrt. Wenn man mit dem Training fertig ist, beendet man es, indem man auf das Fähnchen klickt. Danach erscheint die Trainingszusammenfassung und man kann es auf eine Sportplattform wie beispielsweise Strava oder Ruby oder sozialen Medien hochladen.